Aber der hat sich auch danach immer noch bewegt, der ist so weggeklickt, die Leiche. Ja wahrscheinlich weil irgendwelche Gugeln ins Nervensystem eingedrungen sind und den haben wir noch gucken lassen, haben. Lass hier mal aufmachen, Memphis. Ich mach hier ganz rechts auf. Ja, okay. Achtung. Ja, mach. Den Rest verstärken, oder? Ja. Machen die Toilette noch zu, damit die da nicht durchkommen. Ja. Ein Fensterchen haben wir noch? Ja, natürlich. Das machst du schön am Anfang. Hä? Machst du schön? Ja. Aber ich muss aufpassen, dafür werde ich ja gebannt. Für Chlorerholtz. Ja. Alter, klaut der mir die Drohne hier? Jetzt ist es so weiß. Hier liegt noch eine... Ja. Meine. ...Klamotte. So, jetzt reinforce ich die Wand, Mamatan. Würde ich dich erschießen, bevor du fertig bist. Und ich würde dich zurück erschießen, bevor ich fertig bin. Nein. Genau. Die Drohne ist hier noch irgendwo im Haus, ne? Keine Ahnung, wo ich hingehen soll, ey. Moment, du sitzt sehr dicht an den Fenstern, ne? Ja. Ach, hier ist schon über uns. Über uns sind sie. Ach, hier haben wir noch zwei Wände sogar. Ja. So. Ein Fenster ist auf. Recht ist. Da habe ich Pinger. Oh ja. Linke ist auch. Aufgepickt. Bei mir Fuse. Ja. Mamatan, ich hole dich. Noch einmal Fuse. Alter, das ist so hell, das ist so hell. Oh. Fuck. Jetzt bin ich down. Einer ist bei mir momentan. Hier. Kann ich einen holen? Ich bin down. Ohne Scheiß. Ist schon durch? Oha, hinten. Küche, Küche, Küche. Also bei den Toiletten. Montagne. Shit. Schaffst du einer bis zu mir? Ne, ich schaff's leider nicht. Einen hab ich. Jus, kommt Hauptdäger rein. Fabian, bleib noch kurz am Leben. Ja, ich versuch's. Du contestest das ja grad noch. Jawoll. Alter. Nein, Mist. Boah, bitte. Auf meiner Leiche direkt der Bug. 50 AP. Jus, kommt vorne rein. Passt auf. Wer kommt vorne rein? Da hinten ist der Bug. Oh, der entzielt. Au. Der Fuse könnte noch von hinten kommen. Der Ecke, ne? Ne, weiter links. Da wo das Ziel ist quasi, direkt da drüber. Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters unterbrochen. Kommt da links, äh, durchs Fenster. Hinter mir. Links kommt da links. Nice. Geh doch links durch. Kann ich nicht. Doch. Links, äh, durch den Stachelrad. Ui. 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 Get rekt. Ich hatte grad den Nachlade-Bug ganz kurz. Wieso so'n Knall gegeben hat, als er gestorben wird. Das war grad eine Equilibrium-Szene, falls jemand den Film kennt. Ja. Einfach in jede Richtung geschaffen. Ja, das geht mit Bandit, aber so gut. Das ist so schnell. Muss ich auch noch mal ändern, das Visier, dass ich da auch das Holo drauf mache. Oh, jetzt punkt aber das Herz. Oh. Jetzt punkt das Herz ganz schön. Da sind grad 15 Flaschen umgefallen bei dem Clip-Bahn. Ne, zwei nur. Achso, und wie viele von deinen 36 leeren Monster-Energy-Dosen? Ne, Marte. Achso, Marte. Stimmt, du säufst ja Marte wie Wasser. Ich kann das überhaupt nicht trinken. Welches? Original da? Äh, ja, ja. Das Originale, genau. Das schmeckt wie alte Haferflocken und äh... Aber es hält wach. Ist das Originale, die das Clip-Mate, oder was? Ja, genau, das ähm, gelbliche.